Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Lackcraft, eurem Lack-Magazin zu Minecraft. Heute aber unserem Lack-Server. Ja. Oh nein, Creeper, Creeper, überall, City-Rail! Also die neue Begrüßung haben wir jetzt eingeführt, wie man sehen kann. Oh nein, ey, jetzt läuft. Oh scheiße, scheiße, die Alliierten. Also es läckt ja gar nicht mehr. Irgendwie schon. Ey, bei mir geht das gar nicht. Ey, ne, jetzt sag ich das und jetzt leckt das nicht mehr. Klatsch! Ah, jetzt, jetzt noch, nein, das war, das war noch ein kleiner Leck. Ja, es leckt. Nein, gar nicht wahr. Nein, gar nicht wahr. Oh, da sieht man schon unsere Straßenlaternen. Aber da wollte ich gar nicht hin, ich wollte eigentlich mein kleines neues Bauwerk zeigen. Aua. Oh. Phil zeigt sein Bauwerk. So, hier, die Straße ist auch fertig jetzt. Die gehen nämlich hier lang. Brumsss. Wenn Autos da sind, können wir natürlich auch hier langfahren. Wenn es irgendwann welche gibt. Wenn, wenn irgendwann welche da sind. Tsch, und dann biegen wir hier rechts ab. Und da sieht man schon die Türen. Die Türen ins geheime... Äh, Ort schafft. Ja. Tsch, und hier bin ich noch nicht ganz fertig. Aber sieht doch schon gut aus. Das ist wie so eine kleine Farm. Aber das soll eigentlich nur gut aussehen, weil unsere andere Farm da oben reicht uns eigentlich. Wir haben ja eh den Keller voller Brot. Sollten wir langsam wieder auffüllen, ne? Nee, lieber nicht. Warum denn nicht? Und, äh, wir waren gerade im Niva für neuen Glowstone. Wie man sehen kann, wir haben einen ziemlichen Verschleiß daran. Die Decke ist voll damit. Und dann bin ich runtergefallen. Und hatte 26 Glowstone, das. Dann bin ich verreckt. Immer dieser Phil. Immer so. Aber ich glaube, zu wissen, dass wir hier in der Heldenhöhle da genau noch Glowstone haste haben. 25, da kriegt man ein paar Steinchen raus, glaube ich. Wie macht man den so? Ja, ha. So. Ich habe auch alle meine Waffen und sowas verloren, aber egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Glowstones. Dann müsste hier unten, im Vorratskeller, müsste noch... Der geheime Pornokeller. Müssen noch, äh... Ja, ähm, Säune sein, aber sind keine mehr. Deshalb mache ich hier kurz welche. Äh, hier draus. Aus Sticks. Die Sticks nehme ich alle wieder mit. Ha, 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 ha. Äh, was macht Sand auf den Baum? Habe ich mich auch schon gefragt, aber ich hatte keine Lust, ein Werk zu machen. Äh, wie macht man? So, irgendwie... So. So. Also. Ein, da, da. Okay, das reicht. Äh, so. Eins, zwei, drei, vier. Und hast... findest du die Craftingbox? Wo ist der? Warte. Komm mal zu mir und such die Craftingbox. Ich komme mal zu dir und such die Craftingbox. Ja, wo denn wo ist? Hier in der... hier. In der Decke. So, eine Sekunde bitte. Na ja. Oh. Ja. Ja. Ich habe jetzt sechs... sechs Zäune. Sechs Zäune. Und ich gehe jetzt... eine Talaterne basteln. Hier ist eine Laterne. Weiß ich nicht. Ah, genau. Falsche Richtung. Äh, falsche Richtung. Wollte auch gerade sein. Hier oder haben... Wo willst du denn basteln? Oh, keine Karten. Tsch. Hier bastel ich jetzt einer. Vor unserem Haus. Eins. Wenn ich... Zack. Hier an der Ecke kommt eine Straßenantenne hin. Toll, da reicht nur mein Zaun noch nicht mehr für. Ich brauche sieben Zaun. Sieben. Ach ja. Zwei, drei, vier. Da ist nämlich fünf hoch und dann noch je zur Seite. Nämlich... Stimmt, dass hier irgendeiner wieder Zaun versteckt. Moment. Hä, was das? Redstone, das. Sieht ein bisschen scheiße aus. Ähm. So. So. Jetzt ist das Geld heran. So. Zaun ist leer. Und die Laterne ist nicht fertig. Hä, wo hast du denn die ganzen Sticks hingetan? Nach unten. In den Keller. Warum in den Keller? Hä, weil das unser geheimer Vorratskeller ist. Geheim. Geheimer Vorratskeller. Du musst in der Decke craften. Das ist am coolsten. Ich, äh, weiß, dass ich in der Decke craften muss. Sieht bestimmt auch so richtig scheiße aus. Oh, hier ist die Gravelbox. Also, wir schaffen noch zwei Laternen. Mindestens. Komm, du rüber. Jetzt schlag ich die mit meinem Stock. Tsch, 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 tsch. Dann schlag mich mit deinem Stock, du. Das kennst ja schon. Das kennst ja schon. Das ist Sklavenarbeit. Hallo? Ich kann dich auf die, äh, Workbench. Ah, jetzt. Das, das dauert ein bisschen. Das, die, die Ladezeit ist, äh, miserabel heute. Ja, aber das ist irgendwie, gestern war es gut. Und heute ist es nicht gut. Ja, gestern war es gut. Das war ja auch gestern. Das war ja auch gestern, richtig. Heute ist ein anderer Tag als gestern. Ja, das dachte ich mir. Hier, äh, hier bin ich, ne? Ich will den Zaun haben. Hallo? Wohin denn? Ja, hier, zu mir. Nein. Ich will auch mal eine bauen. Warte, dann müssen wir gucken. Komm, hier. Hier, wo ich jetzt draufstehe. Hahaha. Äh, geht so schlecht, ne? Komm mal nach oben. Warte, dann. Ja, wir müssen aber hier auch Licht haben. Doch, mach hier eine hin. Mach fünf hoch. Schau, äh, so, äh, das ist doch genug Platz. Eins, zwei. Da, was soll das, man? Leck doch nicht. Ich leck doch nicht. Das tut mir so leid. So, eins, zwei. Das passt. Perfekt. Drei, vier, fünf. Ja, ähm, jetzt baue ich hier eins hin. Und du brauchst da noch eins drauf. Toc. Perfekt. Dann bauen wir hinten noch eine. Am Ende. Ne, hier, in der Ecke. Ja, mit zwei. Hier, ähm. Ja, dann baue ich schon mal hin. Ich bin schneller. Was sieht denn so aus? War alles gut? Also, bei mir stehst du immer noch da, bei diesen zwei Blöcken. Also, ich bin, du stehst hier einfach nur rum und ich geh gerade zum Haus. Okay, du bist schon drin, ähm. Ja, ich bin schon drin. Stell dir vor. So, Holz. Ey. Ne, du kriegst kein Holz. Ey, alles weg. Da war auch noch ein bisschen mehr drin. Nein. Da war kein Holz drin. Nein. Ich will, brauchen wir einen noch. Weiß ich nicht. Ich habe nur noch drei Glowstone. Also, wir schaffen noch zwei Laternen. Die eine und noch eine andere. Die eine und noch eine andere. Ja, das ist klar. Wer hat denn die Treppe oben gelassen? Das geht nicht. Äh. Doch. Siehst du ja. Das ist gefährlich. Was ist doch gefährlich? Dass da jemand hoch geht, oder was? Ja. So, ich geh schon mal dahin und warte auf dich. Ähm, ja, ich, äh, ich glaube, ich brauche nur so ein bisschen. Ich weiß aber, was ich mache. Genau. Eins. Zwei. Drei. Ach, wir können, ja, noch, äh, wir können noch zwei machen. Also, ich könnte jetzt noch so weit bauen, dass wir noch mehr machen können, aber... Ja, das könntest du machen. Ich leg es fast ein Stück. Das reicht, denke ich, erst mal. So, du kannst drum herum bauen. Hahaha. Schwebende Laternen. Du kommst da, du musst höher. Mein Dreck. Ey. Ich bin da runtergefallen. Also, der Name macht dem Server alle Ehre. Es ist Lackcraft. Das ist gut. Okay, das hat funktioniert. Dann bauen wir noch eine... Ich würde sagen, hier... Hier auf der Ecke. Hier so. Nee, wir haben nur noch einen Glowstone. Wir können keinen auf der Ecke bauen. Ja, dann hier. Es muss eins auf der Geraden sein. Ja. Hallo? Musst du nur noch bauen? Äh, gut. Musst du nur noch bauen? Eins, zwei, drei, vier... ...vier... ...heh! He-me! He! So. Und jetzt? Ja, jetzt, äh, sind wir fertig mit... ...Laternen bauen. Du kannst ja schon mal so eine Ding bauen ohne Glowstone. Scheiße, hier irgendwo steht da noch eine. Eine Drecklaterne haben wir noch gebaut. Äh, ja. Vorm Loch. Hier steht irgendwo eine Drecklaterne. Ist auch gut. Ach, äh. Schminder da auch Licht. Reicht doch. Oh, es wird Nacht. Ich geh mal hier lang. Okay, der geheime Eingang. Die geheime... ...der geheime zweite Keller. Ähm. Wo bist du? Drecklaterne. Schlafen. Ach, dahin. Wir haben doch kein Glowstone mehr. Ich weiß. Ich wollte nur mal wissen, wo sie ist. So, ja, ey. Schlafenszeit. Jetzt, wo mein Legcraft gesagt hat... Hallo? Ich würde mal sagen, das ist das falsche Bett. So, mal gucken, wann es morgen wird. Dauert vielleicht ein paar Minuten. Ein paar Minuten. Ah, nein, wie gut. Geht direkt weiter. Das waren zwei Sekunden. Äh, ja. Nein, du lässt ihn los an der Decke. Was? Also, ich brauche erst mal ein Werkzeug. Was für ein Werkzeug? Eins, zwei, drei, vier, sieben, neun. So, geht doch. Zwei hiervon. Drei hiervon. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ich brauche noch... Ich überlege, gerade wieder in mein Loch zu gehen. Ich überlege gerade... Mal... ...wieder da oben hinzugehen. Äh, ich meine ins Nieser. Da oben. Bisschen größer und das holen. In den Himmel. Ja, dann farme ich. Farme ich, äh, Stein und sonst... Ja, ne, brenn mal wieder ein bisschen Stein. Das brauchen wir. Ja. So, und los. Wenn du mir sagst, wie viele Steine ich brennen soll, dann mache ich das. Siebenundvierzig. Sieben... Siebenundvierzig Steaks. Okay. Das sind 47 mal 64. Das ist... ...viel. Bisschen mehr. Aber nur ein bisschen. Loch, wo bist du? Jump. So, F3. Jump, jump. Tada. Äh, auf welches muss man mal gucken? Da, Y. Keine Ahnung, das, was sich verändert. Äh, Y. Ach. Auf 47 bin ich jetzt. Erst. Das ist ja läppsch. Ja, ach. Das ist läppsch. Hä, scheiße, wo ist denn der Glowstone hin? Ich hatte... Ah, da. Na, mal gucken. Ja, Glowstone. Okay, Kerze. Schweb einfach in der Luft. Also hier sieht man das perfekt. Es hängt. Mann. Also sieht man das perfekt. Es hängt. Okay. Ja, weil ich hau da drauf, der Glowstone, das kommt nicht runter. Da, da, da. Der fällt einfach direkt in die Lava. Nein. Und, den schlag ich noch kaputt. Ja, jetzt ist dunkel. Jetzt hab ich erst mal... Boah, Steine. Bleibt weg, kommt nicht wieder. 18 Glowstone dust. Machen wir erst mal ein paar Dinger drauf. Hast du noch, äh, Zaun? Nö. Ah, ja. So, jetzt. Ah, ja, wir haben ja erst mal vier Glowstone dust. Damit kann ich erst mal ein paar andere Dinger machen. Wenn ich überhaupt jemals wieder lebend rauskomme. Boah, Steine. Geht weg. Das ist nerv, ne? Das ist schon ein bisschen nervig. Ja, was machst du immer mit dem Server? Nichts. Ja, das sagen sie immer. Ist hier der Ausgang? Sieht so aus. Ich geh einfach mal an... Ne, da geht's noch weiter runter. Ich erkenn... Ah, hier geht's hoch. Ja, das oberste. Ne, ne, das unter. Wo ich auch rausgekommen bin. I don't know the terrain. Tera. Äh, ja, gut. Wir sollten gerade nicht die Welt wechseln. Ich muss die Welt retten. Okay, wo komm ich hier raus? Da bin ich aber nicht reingegangen. Ich hab immer noch herausgefunden, wo dieses da... Damm. Ich auch nicht. Wir haben vier Portale hier, aber nur drei. Ah, nee. Hier haben wir auch noch eins. Und hier haben wir auch irgendwo noch eins. Äh, fünf. Wir haben fünf in der realen Welt. Hier sind vier. Irgendwo in der Höhle. Allah ist die Drecklaterne. Warum machst du da ne Kerze dran? Damit da irgendwo Licht ist. Und zack. Oh, Steine. Bleib weg. Heute ist kein guter Tag. Für die Minecraft-Gesellschaft. Ne, für uns. Also hier ist auch noch ein bisschen unvollständig. In Sch... Boah, Steine. Jetzt riecht es mich langsam auf. Aber nur ganz langsam. Ganz, ganz langsam. So. Ey. Diesen Stein hab ich jetzt mindestens 15 Mal abgebaut. Der ist schon wieder da. Oh, da ist die Laterne. Oh, die fand ich auch vollständig. Dann baue ich einfach wieder das Licht in die Luft. Eins, zwei, drei, vier. Oh, nee. Nur drei. Stein, geh weg. Danke. So. Endlich. Okay. So, perfekt. Ich wette, die zwei letzten Steine kommen wieder. Da sind sie. Ich geh jetzt mal in der Mordesbesuch rein. Auf den Weg. Der Tugend. Vielleicht kann man mit nem Boot hier fahren. Wir hätten eine Wasserstraße bauen sollen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Steine. Wann würd's denn dann mal nacht hier, dass wir die Laternen begutachten können? Leider hab ich noch keine Uhr. Aber darf eine Map. Oh, nee, hab ich auch nicht mehr. Ja, ich glaub, die ist mit verbrannt. So. Ich komm wieder rauf. Rauf. So. Ich schampe runter. Und jetzt. Dann spring nur mal. Nein, hörst du mich rauf. 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 So, ich überlege. Soll ich runter? Ja, ich geh runter. Oh, ich geh auch hoch. Oder? Nein, nein, ich spring. Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Nein. Und wieder hoch. Warum kommst du wieder runter? Weil ich Kohle gesehen habe, die ich eigentlich haben will. So. Baust du da ein Stück? Gut, dass du mir die, äh, die Dreck wieder wegmachst. Ich brauch auch Dreck. Nein, das hat eben gesprungen. So, ich dürfte jetzt tot sein. Genau. Das verstehe ich auch immer noch nicht. Game over, Score und E0. Natürlich. Reborn. Genau. Vollgravel. Nerv nicht. Ganz roh, du. Ich überventiliere. Ich, ich überventiliere. Ich falle. Tada. Okay. Wie man sehen kann. Eine tote Kuh. Tür, geh auf. Tür, geh wieder zu. Es zieht. Mach's Fenster zu. Das ist ja zu. Mach's wieder zu. Ich war jetzt. Oh. Mach's wieder auf. Okay. Von hier sieht man die Plantage. Gravel. Nee, Plantage. Gravel. Oh. Gravel-Plantage. Okay, ich gehe jetzt noch ein Stück Zaun bauen. Hast du noch was Holz drin gelassen? Hab ich, ja. Also, ich hab hier zwei Glosser und das gefunden. Ja, die hab ich verloren. Aber zwei bringen uns nicht weiter. Wir brauchen vier. Mindestens. Mindestens noch zwei weitere. Ach, was soll's. Oh, zwei Zaun. Damit komm ich echt weit. Ja. Gar nicht. Ich nehm die Abkürzung. Nimm ich hier eins. Und, äh, ah, ich hab einen Dreck. Und hier oben noch eins. Tschö. Jetzt läuft er wieder flüssig. Ja, das ist aber nur immer so, äh, zwischendurch. Hä? Minutentakt. Ja. Ich guck mal nach. In der Zeit. Tschö. Nee, jetzt geht's wieder los. Ja, Entschuldigung. Minecraft. Das sind... Zwei Sekunden. Okay, dann haben wir hier sechs Minuten. Sechs, zwölf, achtzehn. Nein, 15. 15, 20, 25. Ja, dann... Moritz sagt tschüss zu den kleinen Kindern. Tschüss, machet jurt. Und macht kommens.